Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf NF Marsch. Sieht alle meinen Cursor? Ich seh ihn doch. Sollen wir mal gucken, wir verklappern noch was? Vielleicht reicht's dann fürs Feld. Ich hab ordentlich Bier aufgeladen, was da war. Sollen ganz guten Kuss geben, ne? Ich weiß aber nicht, ob's reicht. Ja, dann macht das eben zu Ende und dann kannst du zu den Hof, dann kannst du säen. Oh, das reicht fürs Feld. Das reicht wirklich fürs Feld. Guckt ihr das an? Da kommt aber eine ganze Ecke mehr als in der Preisliste stand, oder bilde ich mir das ein? 320.000 plus Umweltbonus. Heiliges Blechle. Dafür fahren wir auch zu Lidl, du. Ganz ehrlich. Oh, einiges Schick können wir haben, du. Ach. Ja, macht C. Aber vorwärts gegangen. Ähm, ich fahr hier schon fleißig Ballen weg. Ich weiß nicht, ob ich das heute alles schaffe. Aber die gehen jetzt in die Mission. Eigentlich müsste ich das fertig machen, ne? Weil wegen supi dupi, wenn's in die Mission geht, ne? Hast du nicht immer das Glück. Dass es direkt in die Mission geht, wo du am Opfern bist. Ja, ja. Hallo? Ich hab auch noch was to down hier. Und nicht was to down. Wieso, wir können das Feld gleich kaufen? Entschuldigung. Und dann geht der Rest aber wirklich in Kredit. Da ist jetzt... Aber das Feld ist erntereifig. Warum brauchen wir für die Mehlfabrik meistens? Nehmen wir mit, ne? Nehmen wir mit. Was hast du? Da brauchst du dich auch nicht mehr drum kümmern. Sagen wir, wie es ist. Keiniges bleibt. Da kann ich auch nicht mehr. Ist auch nix. Deswegen... Kaufen wir jetzt gleich das Feld. Wenn die Balle denn heute auch noch mit will. Wir können eine Mission machen. gleich noch abschließen. Dann kann der Magnum rein theoretisch pressen, ne? Ja. Oh, die Pressen. Macht aber Kraft, ne? Geschreckt mich da jedes Mal. Ähm, Säen. Ja, der Magnum kann Säen. Oder? Ja, doch. Oder Stroh sammeln. Eins zu meinen, dass der New Holland trotzdem in Ruhe weiter sät, ne? Ne, auch ganz tutti. Ne, dann soll der Magnum gleich jetzt Stroh sammeln. Das ist wichtiger. Wir brauchen das Stroh auch. Den einen nimm noch mit. Ich hoffe, das geht. Gut. Nicht, dass wir gleich Probleme mit Ablohnen haben, du. Das wär nicht schön. So, Kazala ist hier eingesagt auf der NF-Morsch. So soll's sein. Gut. Das läuft. Ähm. In der Magnum. Ey, ist hier fleißig, ne? Ey, sie läuft hier. Ich bin da echt am überlegen, ob wir eine zweite Presse kaufen. Auch noch zusätzlich. Dann noch einen mitjagen lassen. Warum nicht? Ich bin ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Oh, hier ist auch schon wieder Druck. Ich schalte immer einen runter. Das soll er gar nicht. Eiseblechle, wie viel Milch haben wir eigentlich schon hingeheizt. Sag mal. Hier, abschließend. Neue Verträge. Nehmen wir natürlich mit, ne? Ja, okay. Ist egal. Das frisst kein Brot. Ähm. Achso, lass uns mal in die Molkerei gucken, wie viel Milch wir das schon reingefallen haben. Hier habe ich jetzt komplett leer gemacht, ne? Und das kann laufen. Äh. Schweinefutter formen wir jetzt noch raus. Ähm. Das ist ja nicht so das Problem immer. Aber Molkerei, wie viel ist da eigentlich schon drin, ne? 300.000 Liter. Sag und Asche. Wie viel Holz habe ich eigentlich in Säge weg? 115.000 Liter nur, ne? Wir müssen auch mal wieder auf den Waldstück gehen. Das lohnt noch nicht. Komm, stell an. Was hier vorne? Wolle ist ordentlich was da. Stoffe haben wir noch ordentlich. Kleidungsschuhe. Ja, können wir auch mal leer fahren. Das habe ich ja alles eingelagert, ne? Also sowieso nicht. Hier. Ein bisschen wenig Hackschnitze, ja. Und das ist leer, ne? Also das läuft. So, du kannst wieder los. Oh. Das wäre nicht, wenn du das richtig anstellst. Das wäre ja auch los, ne? Heiliges Spiel. So, du fährst mir jetzt, äh, zum Hof. Ähm, Hof. Präparieren wir dich eben. Tanken dich voll. Und dann... Sehen wir weiter, was du machst. So, lange Rede. Gar kein Sinn. Wir wollen hier hin, ne? Ähm... 58 war das, ne? Was kaufen wir? Ja. Kaufen direkt Bodeninformationen. Und wir sind stolze Besitzer eines neuen Feldes, wo nicht gedüngt ist. Juhu. Ja, egal. Besser Horm, die brauchen. So. Ähm... Die machen gar nichts. Er ist schon da. Dann würde ich sagen, du kriegst direkt einen Kurs rein. Du kannst ruhig anfangen, oder? Wer denn ist so weit weg? Geh mal. War ich das? Ne, warte mal. Kurs können wir schon mal laden. 41, ne? Kurs laden aktivieren. Danke. Ne, lass den mal nur rumfahren. Der ist unser Feld am düngen, ne? Der ist so fleißig am nähen. Boah, ich muss nur Zwiebeln ernten, ne? So. Kollege. Ich würde mal sagen, du fährst jetzt mal zum Hafen. Grabbenfische. Da können wir auch mal ein bisschen was wegfahren. Wir haben noch 208.000 Überbalken und am Feld gekauft. Ey, das ist... Ich finde das cool. Kramfischerbiesel, da fährst du erst mal hin. Ach, Olli ist auch unterwegs da. So, fahren wir ein Stück zurück. Z. Nochmal B. Ja, Z. B. Ach, nee. Z, 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 B. Z, 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 B. Ich weiß nicht, ob der jetzt nicht lädt oder lädt. Das werden wir ja gleich sehen. So, aber der macht hier schon mal weiter. Das läuft, ne? Jetzt sollen wir noch eine zweite Presse kaufen. Noch haben wir Geld, ne? Sollen wir noch eine zweite Göbel kaufen? Wenn ich jetzt sage, schreibt mir das bitte mal in den Kommentaren. Wäre so doof, weil... ...mix werden? Oh. Da merke ich, dass ich dagegen gefahren bin. Eine Festverkaufsstelle. Hier haben wir Bedarf, kannst du ruhig hinfahren. So, ich kann es erst mal verklappern. Wir brauchen das alle gar nicht. Was soll ich das alle einlagern, wenn ich es nicht gebrauche, ne? Ab und zu musst du auch mal was verkaufen. Das läuft. Ne, jetzt bleibt der jetzt gut stehen. Oh, 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 oh. Er ist schon da. So, der, ne? Lass den Jungland sehen. Den machen wir hier eben nur fix fertig. Tanken den. Ja, dann kriegt er eine lauter Wagen hinter. Ja, genau so machen wir das. Aber auch erst, glaube ich, beim nächsten Mal. Die machen hier. Das ist ja auch hier ein Job. Der Düng. Der fährt. Der fährt. Der fährt. Der macht das. Er ist fleißig, ne? Wie viel hast du eigentlich schon auf Welt 78? Sag mal. Oh, 49% schon. Ist nicht schlecht. Schockt schon mit dem Teil, ne? Und dadurch, dass Asiliermittel drin ist, ey, heiliges Blechle. Ist nicht zu verachten. Ne, vorwärts. Mein Sehling. Schon wieder 10 Minuten auf die Uhr. Und nichts ist fertig, ne? Lädst du jetzt auf, oder habe ich daneben geklickert? Ähm, ähm, ähm. Z, Z, B. Jetzt musst du auflaumen. Danke. Okay. Das läuft, ja, ne? Ah, Sven, die gibt nicht immer so viel cool aus. Aber zweite Göval? Pfff. Für solche Tage wäre der der Premium, ne? Ne, wir kaufen keine zweite Göval. Ne. Ne. Dann muss er sich da jetzt durchbeißen. Ne, das wäre scheiße. Dann bräuchten wir auch noch einen Schlepper. Ne, lass mal. Ne, ne. Das ist rausgeschmissenes Geld gerade. Da haben wir keinen Bedarf drauf. Das wollen wir jetzt nicht. Ne. 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 Jetzt heißt es Missionen arbeiten. Abarbeiten, ne? Ordentlich Kassel machen. Dann läuft er lang. Richtig? Richtig. So ist der Plan. Wenn wir es hinkriegen, ne? Wir haben doch gar nicht gerne eine Reihe eingestellt. Wir können die nicht auch alleine Ballen sammeln? Ich weiß das nicht. Ja. Mann, 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 Mann. Die ist auch Schlag auf Schlag, du. Das läuft. Oh, die ist gleich fertig. Das ist Feld 47. Feld 47. Okay. Das ist die Lage. Okay. Feld 60. Wohl. Die macht dann jetzt Feld 48. Ah, Schweinefutter. Das machen wir beim nächsten Mal. Die zahlen hier schon mal wieder was zurück. So. Das sieht gut aus. Hier keine Kurs raus. Kein Kurs. Wir müssen hier hin. Feld 48, habe ich gesagt, ne? Mann. Kurs laden. Aktivieren. Zurück. Kloppen wir eben hinten aus. Geht die Schlag auf Schlag, ne? Machen wir mal wieder zusammen. Du fährst da hin. Erster Wegpunkt. Lass mal gehen. Nein. Aha. Guck mal. Sven hat hier eine neue Tab-Funktion. Feld 58 ist unseres geworden, ne? Richtig? Glaub ich ein Fehlkauf, ne? Es ist nix zusammengekommen, doch. Glaub da ist stehen. Glaub es auch jetzt stehen. Die Tür, ey. Brrrr. Tau ist der. Ist hier nur Platz drunter? Jo. Hängt die mal in die Map? Dann hängt die mal hinter. Und dann würde ich sagen, fällt 21 Kasala, ne? Aber nächstes Mal. Vor heute ist Schluss. Irgendwann muss auch Schluss sein. Aber liebe Leute. Ich sag jetzt erstmal, danke fürs Zugucken bis hier, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal. Wir wollten nichts mehr verpassen. Was ist hier denn, ne? Dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.